Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Seit gut zwei Jahren diskutieren alle in Deutschland so viel wie noch nie über Außenpolitik. Wir alle wissen, das liegt daran, dass wir ein immer weiter sich steigerndes Krisen- und Kriegsgeschehen in der Welt, aber auch in unserer Nachbarschaft haben. Ich glaube, dass es aber gar nicht so sehr die Zahl der Krisen und Kriege ist, die diese neue Qualität von außenpolitischer Diskussion ausmacht, sondern das, was neu ist, ist die Tatsache, dass die Krisen zu uns kommen. Außenpolitische Krisen haben eine innerstaatliche, innergesellschaftliche Dimension angenommen. Die Konflikte, die Hölle von Aleppo, die Konsequenzen daraus sehen wir auch in unseren Dörfern. Das ist eine völlig neue Dimension von Außenpolitik, mit der wir es zu tun haben. Diese innergesellschaftliche Dimension von Außenpolitik verändert darum auch die Aufgaben und nicht nur die Aufgaben, sondern auch sogar den Charakter von Außenpolitik. Außenpolitik wird immer mehr und am meisten Globalisierungsgestaltung. Das, meine ich, ist jedenfalls ein vernünftiger, konzeptioneller Anspruch, den wir an Außenpolitik stellen sollten. Wenn man Außenpolitik so versteht, nämlich als den Versuch der Gestaltung von Globalisierung, dann hat eben Außenpolitik es nicht mehr nur zu tun mit den Interstaatenbeziehungen, sondern die innenpolitischen, die innergesellschaftlichen Verhältnisse in den anderen Ländern werden außenpolitisch immer relevanter. Und damit haben wir es mit dem Dilemma zu tun, das uns so große Schwierigkeiten macht. Die inneren Verhältnisse in Syrien, im Irak, im Iran, in Afghanistan, in Russland, in der Türkei bestimmen also über uns, sogar über unsere Sicherheit in Deutschland. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch diese inneren Verhältnisse, die für uns entscheidend sind, keinen Zugriff. Wie gehen wir damit um? Es hat einen Antwortversuch gegeben, nämlich zu sagen, dann machen wir die so, wie wir sind. Aber die Euphorie und die Hybris von Regime-Change-Politik sind verflogen, nebenbei die zum Teil katastrophalen Folgen dieses Politikansatzes noch lange nicht. Wir können also unsere Identität, wir können und wollen unsere Identität, die wir als europäische Staaten haben, als Europäer haben, den anderen nicht aufzwingen. Ich glaube aber gleichwohl, dass der Begriff der Identität von uns als europäische Staaten, also unser Bekenntnis, unsere Überzeugung von Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, das macht uns aus als europäische Staaten, dass diese Identitätsfrage eine ganz entscheidende Frage auch in der Außenpolitik ist. Es ist sozusagen auch ein gegenläufiges Bedürfnis zur Globalisierung, die alles auflöst, die alles entgrenzt, dass das Bedürfnis nach Identität stärker wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Begriff der Identität zu den Begriffen gehört, die wir nicht den Rechtspopulisten und Linkspopulisten nebenbei bemerkt überlassen dürfen, meine Damen und Herren. Wir Demokraten müssen unsere Identität einbringen. Also geht es bei Außenpolitik unter diesen veränderten Bedingungen darum, unsere europäische Identität als Staaten zu versuchen einzubringen in internationale Regeln der Fairness und der Gerechtigkeit und uns an der Durchsetzung dieser Regeln zu beteiligen. Ich möchte versuchen, ganz kurz und knapp an einigen Beispielen darzulegen, zu welchen Konsequenzen das in den aktuellen kontroversen Politikbereichen führen könnte, wenn man diesen Ansatz wählt. Ich fange an mit dem Thema, das heute schon häufiger diskutiert worden ist, nämlich der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft, die wir TTIP nennen. Ich will jetzt überhaupt gar nicht über die einzelnen Fachfragen sprechen. Und vielleicht kann man am Ende der Verhandlungen ja sagen, das Verhandlungsergebnis ist schlecht, ich lehne es ab. Sondern ich möchte auf die Grundfrage von TTIP hier hinweisen. Und die Grundfrage von TTIP oder die Grundchance von TTIP ist, dass es die Ermöglichung westlicher Regelsetzung in einem wichtigsten Bereich der internationalen Politik ist. Darum geht es, meine Damen und Herren. Es geht darum, dass wir selber wollen, als Westen, als Europäer und Amerikaner zu einem vernünftigen, fairen Regelsetzer in der Welt zu werden. Denn die praktische Alternative ist, statt westlicher Standardsetzung chinesische Standardsetzung. Das ist die politische Grundfrage. Und wenn man sich der verschließt, dann verschließt man sich dem Versuch, Globalisierung fair und gerecht zu gestalten, meine Damen und Herren. Das bedeutet die Grundablehnung von TTIP. Ich möchte eine zweite Anmerkung zur Europäischen Union machen. Die Europäische Union ist die bislang erfolgreichste Antwort auf die Globalisierung. Es gibt keine erfolgreichere Antwort, meine Damen und Herren. Und die Europäische Union ist als internationaler Regelsetzer für die europäischen Staaten schlichtweg unverzichtbar. Kein europäisches Mitgliedsland hätte die Potenz, die Macht, relevanter Regelsetzer zu sein. Die Europäische Union hat es. Trotzdem haben die Briten entschieden, sich dieser Regelmacht zu entziehen, die Gemeinschaft zu verlassen. Eine Lehre sollten wir aus dieser sehr britischen Debatte und Entscheidung ziehen. Aus der Beobachtung, dass dort die Parteien der Mitte, Konservative, auch Labour es zugelassen haben, dass UKIP, dass die Antieuropäer die öffentliche Debatte bestimmen, meine Damen und Herren. Wir dürfen in Deutschland und auch in anderen Ländern nicht zulassen, dass diejenigen, die gegen Europa sind, die europäische Debatte in den jeweiligen Ländern bestimmen. Wir müssen die europäische Debatte bestimmen, meine Damen und Herren. Was die Folgerung für das Verhältnis zu Großbritannien anbelangt, plädiere ich dafür, dass wir danach trachten und suchen, ein Verhältnis zu Großbritannien zu entwickeln, das den Schaden von Brexit begrenzt, soweit es möglich ist, und ein so enges und gutes Kooperationsverhältnis zu Großbritannien zu entwickeln. Wie ist nur eben gut? Ich bin gegen eine Idee von einem strafenden Europa. Derjenige, der uns verlässt, muss es auch zu spüren bekommen. Ich bin für ein attraktives Europa, wo man dazugehören möchte. Ich glaube, wir brauchen mehr Flexibilität. Wir brauchen ein Ende von Schwarz und Weiß und alles oder nichts, sondern es ist im beiderseitigen Interesse, dass wir zu Großbritannien als Europäer ein so enges politisches und wirtschaftliches Verhältnis erhalten, wie es nur möglich ist. Ich gehe auf das dritte Beispiel ein, zu einem identitätsbasierten, regelorientierten Ansatz in der Außenpolitik. Und das ist Russland. Der Konflikt zu Russland speist sich nach meiner Einschätzung exakt daraus, dass das Russland unter Wladimir Putin sich zum exakten Gegenteil eines regelorientierten Ansatzes entschieden hat. Putin sagt nein, nicht Recht vor Macht, sondern Putin sagt, die Macht entscheidet, die Macht vor dem Recht. Das ist eine Politik in der Ukraine, wie der Außenminister gesagt hat, eine völkerrechtswidrige Annexion, ein völkerrechtswidriges militärisches Eingreifen in der Ostukraine. Und das Bomben und das Konterkarieren internationaler Handlungs- und Verhandlungsansätze in Syrien ist genau Ausdruck dieser Politik. Es entscheidet die Macht. Und durch Macht wollen wir Größe erreichen und ein Gestalter in der internationalen Politik werden. Das ist der Grundkonflikt im Verhältnis der Europäer des Westens zu den Russen, zu Russland in der jetzigen Regierung und Führung. Diesen Grundkonflikt müssen wir benennen. Wir dürfen ihn nicht beschönigen. Wir sollten ihn auch, solange er bleibt, sanktionieren. Aber gleichzeitig ist unser Angebot an Russland zu einer zu regeln zurückzukommen. Darum führen wir Gespräche. Und darum ist es auch dort Unsinn, eine Politik des Rückzuges zu machen, der Gesprächsverweigerung. Wir wollen Gespräche, aber wir bestehen darauf, unsere Identität in diese Gespräche einzubringen. Das ist der Sinn dieser Gespräche. Der vierte und vorletzte Fall, auf den ich eingehen möchte, ist natürlich die Türkei. Und ich möchte drei Bewertungen abgeben zu dem, was aktuelle türkische Politik ist. Die erste Bewertung, die von Staatspräsident Erdogan selbst sogenannten Säuberungen in der öffentlichen Verwaltung, in den Ministerien, in der Justiz, in den Schulen, im Militär, die inzwischen in die Zehntausende gehen, nicht an die, sondern in die Zehntausende gehen, bedeuten eine erhebliche innere Schwächung der Türkei, bedeuten eine Fortsetzung der Politik der Polarisierung und der Instabilität. Das ist kein nachhaltiger Weg für die Türkei. Er erfüllt uns mit größter Sorge. Und wir appellieren, diesen Weg zu beenden, meine Damen und Herren. Zweitens. Die immer weiter steigenden rechtsstaatswidrigen Repressionen, die in der Türkei stattfinden durch die staatliche Gewalt, entfernen die Türkei von Europa. Und der heutige Fall, der grundlosen rechtswidrigen Beschlagnahme von Pressematerial der Deutschen Welle, ist ein nicht hinnehmbarer Angriff auf die Pressefreiheit, den wir so hier aussprechen müssen. Dritte Stellungnahme. Die Ausdehnung des militärischen Kampfes vom eigenen Staatsgebiet, auch hier eine Militarisierung zu innenpolitischen Zwecken, zu einem erheblichen Grad jedenfalls. Die Ausdehnung dieses militärischen Kampfes gegen die Kurden auf syrisches Gebiet macht den Syrienkonflikt und seine Lösung noch viel komplizierter. Die Türkei ist unverzichtbar zur Lösung. Sie ist aber auch ein Teil des Problems in der Region. Und es schwächt die Anti-IS-Koalition in ihrem Kampf gegen den islamischen Staat, meine Damen und Herren. Das ist die Bewertung zum Verhalten. Ich glaube auch, dass wir darüber übereinstimmen. Wir sind Demokraten und befürworten die Prinzipien von Rechtsstaat und Menschenwürde und liberale Werte wie Pressefreiheit. Darum stimmen wir überein. Die Frage ist, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Was tun wir mit einem Staat, der sich so verhält? Und da gibt es nun dann auch die Aufforderung, dann müssen wir uns zurückziehen. Fast schon die Freude, das Flüchtlingsabkommen muss scheitern. Nein, meine Damen und Herren, es gilt auch hier, wir müssen auch gegenüber der Türkei unsere Identität einbringen. Wir müssen verhandeln, wir müssen zu Übereinkommen, wir müssen zu Regeln kommen. Aber wir dürfen eines nicht tun, unsere Werte kompromittieren. Das ist die rote Linie. Und auf dieser Basis dürfen wir verhandeln. Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis nur einen unangemessen kurzen Satz zum Nahen Osten. Wenn es nur ein Satz ist, sehr geschätzt, Herr Kollege Röttgen, weil die Redezeit schon sehr weit vorgeschritten ist. Der Nahen Osten ist in einer so desaströsen Lage, dass es nicht um Globalisierungsgestaltung geht, sondern es geht um Prävention. Es geht um Prävention und es geht darum, dass wir diesen Testfall europäischer Außenpolitik besser bestehen. Es ist die Region, die auf keine andere Region wie Europa so viel Auswirkung hat wie der Nahe und Mittlerer Osten. Und wir sind gleichzeitig nicht wirklich relevant in dieser Region. Das ist ein Testfall für europäische Außenpolitik. Es geht weniger um Gestaltung. Es geht um das Ende von Gewalt. Es geht um Prävention und Stabilisierung. Prävention ist die wirksamste und billigste Politik. Und darum, glaube ich, ist es vernünftig, wenn wir etwa bei der humanitären Hilfe noch einen Schlag drauflegen, um unsere Politik billiger auf den Effektiven zu machen. Vielen Dank, Herr Präsident. Danke sehr. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt der Kollege Dr. Tobias Lindner.